All-Ficken-Burger Für das Brötchen benötigen wir Mehl Scheiße Zucker, Salz und Hefe Butter und Ei Und selbstverständlich Ein Schuss Ficken Das Ganze kneten wir jetzt durch Und das kleine Brötchen lassen wir jetzt eine Stunde Eine Stunde ziehen Ha! Ha! Au! Solange das Brötchen zieht, braten wir mal unsere Zwiebeln und Champignons an Ich finde es sehr gut, dass du mir hilfst Vielen Dank Salz und Pfeffer Mit Ficken ablöschen Kommen wir zum Patty Bohnen Etwas Ei zum Binden Salz Pfeffer Paprika Und ein bisschen Knoblauch Und natürlich die wichtigste Zutat Ein Schuss Ficken Semmelbrösel Jetzt formen wir ein Patty und legen das ein bisschen in die Gefriertruhe Nein Nein Ganz vorsichtig Und jetzt warten wir Unser Ficken Brötchen sollte denke ich hoffentlich fertig sein Burger Sauce Unser Black Beans Ficken Patty Ficken Zwiebel Champignons Mischung Noch mehr Burger Sauce Und das Brötchen Wie schmeckt das Ganze? Oh Mh Boah Digger Ich verarsche euch nicht Das ist der beste Burger den ich je selber gemacht habe Holy Shit Geil Und so einfach macht ihr euren